Politik ist ein E-Community-Themenportal, welches eigentlich jedem Mann helfen soll in Bezug auf Informations- und Meinungsbildungsprozesse, soll eine Unterstützung bieten. Das heißt, wir interessieren uns für diverse politische, gesellschaftliche und sachliche Themen und das Portal sieht eigentlich vor, dass wir all die verschiedenen Anspruchsgruppen, also Medien, Institutionen, Politik wie auch Bürger zusammenbringen und das Portal eine Art Knotenpunkt bildet. Das heißt, wir können uns über diverse Themen gegenseitig austauschen, wir haben einen Überblick, was sind die Pro- und Kontraargumente und können uns selbstverständlich auch einbringen. Das Spezielle am Portal ist, wir fokussieren uns primär auf Politik, das heißt, es gibt auch eine Abstimmungsseite, wo wir den Bürger es vereinfachen, indem er innerhalb von wenigen Minuten die relevanten Informationen kriegt, Statistiken, Wahlempfehlungen und sich so ein Bild machen kann, was er nun abstimmen soll.